Hallo Leute, hier sind wir wieder beim vierten Part von Happy Wheels, du hast falsch geklickt. Und wir sind wieder dabei, das Milchthuten.lp bin ich und hier Nico, wieder von dem GMP-Mass, ist auch wieder dabei. Übrigens, der Link von seinem Kanal ist immer in der Beschreibung, also abonnieren. Ich hätte auch noch ein paar Videos von ihm drauf. Ja, genau. So, und dann darfst du dir gleich... Die Oma. Wie nennen wir die? Gertrude. Das sind Romeo und Julia. Ja, das... Das ist Eminem. Nee, das ist 50 Cent. Das ist 50 Cent, ja, genau. Das ist Indiana Jones. Das ist Indiana Jones. Das ist... Das ist Santa. Santa ist Santa. Wie hieß er? Weiß ich nicht mehr. Herr, Herr, Herr... Ach, keine Ahnung, wir müssen uns ein Bobo merken. Wie? Bobo ist wichtig, wir nehmen Bobo. Interessiert. Also, ähm... Das war's. Das war nur ne Rakete. Nöööö. Ey, komm, das krieg von uns... Ich glaub vier Sterne. Oder? Das war so... Das war so ne schöne Idee. Willst du noch neu machen? Schock dich wohl. Nö, lass mal. Ich versuch mir sonst anders. BMX3-Demo. Ist wieder nur eine Demo? Ja. Also jetzt ist es schon langweilig. Ui! What? Ah! Ja, natürlich. Ich versuch mir. Ich versuch mir. Oh Gott! Nein! Bodo! Bobo, nicht Bodo. Bobo! Nein, nicht Bobo. Oh, du fliegst. What the fuck? Das war so gut. Ich versuch mir zurück. Jetzt wieder vorhören. Ah! Ah! Ja doch! So? Vier. 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 Ich bin... 20 ist Level. So Leute! Wir finden es ist mal Zeit für ein... Don't Move Level ist. Ah, okay. Hatten wir das schon? Ne. Vier. 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 Alter! Von Was? Ohoho! 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 Uuuh! Übertreibt es nicht, Leute! Alter, die machen wir jetzt. Ohoho! 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 Das war echt üblich. Das war echt üblich. Das war echt üblich. So. Ich hab da gerade so einen World War 3 gesehen. Da waren Don't move, oder? Wir brauchen Hilfe. Wir sind hier festgemacht. Okay. Die Gegner töten. Und das weitere Waffen sein ist. Und alle Gegner in den Bunker töten. Kill him. Okay. Okay, machen wir das. Nooo! Wheelie, Wheelie, Wheelie. Genau, Bobo geht drauf. Nicht so schlimm. So, George hat überlebt. Der Einzige hat den Fahrrad benutzt. Oh! Ja, jetzt lachen wir dich aus, mein Freund. Wenn der Philipp Machete da... Was will der Bobo da glauben? Oh! Oh, du musst dein Glauben. Piep! Jetzt musst du da aber auch rüber. Oh Gott! Ah! Bobo! Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh Gott! Wir sind noch eins und unsere Hand. Wir können das noch schaffen! Wir haben Speer. Oh Gott! Oh Gott! Die Briten kommen! Ich will die Sterne! Nein! Nein! Das Level Schock! Boah, ich will das auch noch machen. Das muss man auch probieren. Das hat jetzt schon fünf Sterne. Bei denen kommt da noch was im Bund ab. Da hat auch Volker die ganze. Bobo! Bobo! Das hat sich ja auch scheiß selbst da eingeschmissen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Du bist verarscht! Du bist verarscht! Amarsch! Backers! Hey, hat's überlebt! Oh Gott! Bobo! Das ist nicht! Alter! Der Level brauchen wir die ganze Folge! Aua! Das Level ist cool! Das schockt sich der! Naja, das geschnettelte auch geil! Ja! Ey, sogar holle Bobo! Wuuuuh! Mein Helm! Du bist verarscht! Also mach hier den Fenster! Schade! Ich dachte, der wird jetzt zu so einer Brücke! Aber diese Lackmin, ey! Echt schon! Ich war lustig! Oh Gott! Oh, was ist denn ohne Bobo zu verletzen? Oh, schön! Oh! Los, Bobo! Du kannst das! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Loll! Das Klaus hat dich gerade drin! Oh! 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 Ey, jetzt hast du ein Schild! Du hast wieder das geschnettelte Podio, aber nicht so viel! Ich bringe auch mal Eigentum! Wow! Oh! Passiert! Passiert! Aber können wir hier mal durch... Ich meine... Der war auch sowieso nur uns los! ...eine Pfeile im... ...rückenstecken! Im...rückenstecken! Im...rückenstecken! Ich glaube, er durchm Rückenstecken! Wer ist der Boss? Der Anführer! Hallo! Wuh! Oh! Oh! Meine Dame Bobo! Oh Mann! Einfach mich kick, die Marete... Der kommt, die Marete fühlt ihm nicht gut! Oh... Oh... Oh Mann ey! Das macht der gerade übel Spaß! Ich glaube der Helm ist noch gar ganz viel praktisch... ...das macht dir übel Spaß hier! Oh... Oh Bobo! Bobo, du Arsch, hast mich aufgespießt! Ich kann nichts mehr machen! Ich bin tot! Oh! Bobo! Bobo! Puma hat mich umgebracht. Er ist ein Verreter. Ich will Bobo hier lassen. Ich will Bobo hier lassen. Wir haben Bobo. Bobo, bring Bobo um. Einfach mitten drauf. Bobo ist anders geil. Der bringt dich mit dem Schwer. Ich will sogar nur den Kopfzeck machen. Und cool. Bobo ist tot. Wow! Geile Musik. Boah! Hübel! Nein! Bobo war's! Oh! Boah! Und ich hab's übernimmt. Boah, du nimmst aber doch. Du hast sogar nur ein Ball verloren. Ah! Ich glaub das war sein Ende. Ach du Scheiße! Das Level müssen wir schaffen. Das müssen wir einfach schaffen. Auch wenn das drei Folgen dauert. Ja, das Level ist so geil. Das müssen wir einfach machen. Komm her. Yes! Boah! Ich kann das Call of Duty's. Nein! Ich hab nein! Ey, wir merken gar nichts. Ich wollte, dass du durchgeruschen möchtest. Ja! Ich probier's. Nein, 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 nein! Wir verschmieren! Ja! Boah! Schön das Schwert reingesteckt! Das Schwert reingesteckt! Ach ja! Nico steckt dieses Schwert reingesteckt! Ich stecke das Schwert in Leichen. Ah! Ne! Au! Übelte kastrierend! Marshloch schon rüberfahren, Ouوق! Ohh, wie der Arme, das ist! Arme die Hoy mit Leid. Ach, ich auch. Auch mit ihm nicht. Chance unsere Brücke! Schade! LOS BOYPA! Oh, du kannst das! Oh, ich hasse diese... Da kann man auch einfach so durch. Oh, fuck! Nein, Mann! Ich verreck mich immer! Boah, wo ist mein Pfeil im Kopf? Oh, boah, los! Oh, ich dachte das Glas spiss ich auch. Oh! Ja! Oh, das Glas im Kopf, das Glas im Kopf. Nicht gut! Das Glas im Hals! Wenn so ein Glas in der Hauptschlager liegt. Steht euch mal vor, ihr hättet ein Glas im Hals. Oh, kein Pfeil. So, der wird schon noch tot. Oh, fuck! Kann doch noch mal meinen Helm. Ja, Lieder. Ja! Und da hat's der Stuhl auch hinter sich! Wir geben ihn mal an! Los, Fahrrad! Fahrrad hat gerade Spaß mit ihm. Oh Gott! Was mach! Seine Körperteile holst du! Ja! Ja! Ich glaube nicht mehr in diesem... Wir schaffen es nicht mehr in diesem Part. Ich mach mir direkt einfach... Ja! Aha! Aha! Don't kill him! Ja! Mimimimim! Ja! Wir haben es nur in diesem Part geschafft! Das ist die geilste... Leute! Das war die geilste Map Erwaffe! Fünf Sterne auf jeden Fall! Fünf Sterne auf jeden Fall! Weil es nicht sechs gibt! Okay Leute! Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part! Abonnieren, kommentieren, bewerten! Bis zum nächsten Mal! Und ciao!